Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Mildkau, Muvilu und Jackie Strange. Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Weiter geht es mit der beliebten Reihe auf meinem Kanal, nämlich alles von ... einem bestimmten Label. Die sind wir durch. Wir sind bei den Schauspielern und zuletzt habe ich euch da alles von Arnold Schwarzenegger aus meiner Sammlung vorgestellt. Davor schon alles von Sylvester Stallone und auch Bruce Willis. Falls ihr die Videos verpasst habt, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Ich werde da unten die Videos selbstverständlich noch einmal verlinken. Heute machen wir weiter mit alles von Dwayne The Rock Johnson, dem Actionstar der heutigen Zeit. Einer meiner Lieblingsschauspieler. Ihr wisst es alle nicht, weil er der weltbeste Schauspieler ist, sondern weil er einfach ein tolles Charisma besitzt, eine tolle Ausstrahlung hat, witzig ist, selbstironisch ist und weil er auch ein Vorbild ist, eine tolle Karriere hingelegt hat vom Wrestlingstar zum bestbezahltesten Actionstar der heutigen Zeit. Und ja, das muss man ihm definitiv auch mal nachmachen und deswegen auch immer eine Motivation, ihn zu sehen und auch eine Inspiration für einen selbst, weiter am Ball zu bleiben. Tjo, heute präsentiere ich euch, wie gesagt, seine Filme aus meiner Sammlung. Da hat sich einiges angehäuft. Ein paar Lücken habe ich noch, habe ich vorhin festgestellt, aber man braucht ja auch noch ein paar Ziele. Und in diesem Sinne beginnen wir zuerst einmal mit Snitch. Gefährliches Spiel. Hier habe ich einen Schuber geschenkt bekommen vom lieben Matze. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Herzlichen Dank dafür. So sieht die normale Blu-ray aus, aber ich wollte auch mal mit etwas anderem hier beginnen. Ein ziemlich cooler Streifen, harter Streifen. Da geht es um einen Jungen, der so ein bisschen sein Leben verbockt. Und Dwayne The Rock Johnson ist der Vater von ihm, geht dann einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein und lässt sich da einschleusen in so eine Drogenschieberbande und soll die dann überführen, um eben die Haut von seinem Sohn zu retten. Natürlich an den Haaren herbeigezogen. Wen sagt man das? Und ist hier betitelt mit der beste Rockfilm des Jahres. Weiß nicht, was in dem Jahr noch alles rausgekommen ist. Ist okay der Film. Cooler, solider Action-Thriller, würde ich mal sagen. Aber taugt auf jeden Fall. Wir gehen jetzt erst einmal die Emerays durch. Und da hatten wir ja The Scorpion King. Seine erste Rolle oder Auftritt hatte er als Scorpion King in Die Mumie. Da kommen wir später noch dazu. Hier eben die Emery. Ist ein auch solider Sandalenfilm, sage ich immer. Ich mag eben diese etwas älter angehauchteren Filme. Und er macht da auch eine gute Rolle. Aber allzu viel darf man da jetzt auch nicht erwarten. Was ich witzig finde, ist, dass hier das FSK-16-Logo noch auf der Hülle drauf ist. Aber ist ganz okay. Und wie gesagt, ich habe ein Faible für solche Filme. Von daher passt das auf jeden Fall. Weiter machen wir mit der Videospieleverfilmung Doom. Und zwar mit Karl Urban und The Rock hier. Da muss ich sagen, da war ich schon etwas enttäuscht, ehrlich gesagt. Da hätte ich mir definitiv mehr erwartet. Der ist, glaube ich, sogar indiziert in Deutschland in seiner ungeschnittenen Erfassung. Hier haben wir eine englische Blu-ray, aber mit deutschem Ton. Ja, also ich hätte mir da definitiv mehr erwartet. Spannend fand ich nicht. Der ist zwar ein bisschen brutal, aber naja, hätte man definitiv besser machen können. Aber so ist das ja meistens immer mit irgendwelchen Videospielverfilmungen. Richtig guter Streifen ist Spiel auf Bewährung. Ein ernsterer Film. Man sieht es, hier war er noch jünger. Noch nicht ganz so breit, möchte ich mal sagen. Man hat auch seine Transformation im Verlauf der Jahre richtig mitbekommen. Auch hier hat er noch ein paar Herrhirn am Kopf. Er spielt hier so einen Bewährungshelfer in einer Jugendstrafanstalt und will die versuchen eben mit Football, Teamgeist und so weiter wieder auf die rechte Spur zu bringen. Exhibit spielt hier noch mit in einer Nebenrolle und ist, wie gesagt, ein Film mit ernsteren Tönen. Hat auch eine tolle Message und hat mir daher sehr, sehr gut gefallen. Weiter machen wir mit Walking Tall. Knallharter Streifen. Taugt mir auch richtig gut. Da kommt er nach einer ziemlich langen Zeit wieder zurück in sein Heimatdorf, wollte ich schon sagen. Heimatstadt. Dort hat sich aber einiges verändert. So eine Gang ist da zugange und terrorisiert die Einwohner und er lässt sich das definitiv nicht gefallen. Knallhart auch die Sehne hier eben mit diesen, was ist das, Pfosten oder so. Ein Pfosten für ein paar Pfosten. Die kommen auf ihre Kosten. Geil. Also knallhart, cooler Streifen und kompromisslos geht er da zu Werke. Völlig anders ist dann die Reise zum, ich muss mal gucken, die Jagd zum Magischen Berg. Da komme ich immer ein bisschen durcheinander, weil er hat noch einen anderen Film hier. Der ist so ein bisschen ähnlich. Und das ist halt so ein typischer Disney-Familienfilm mit zwei Kindern, die von Außerirdischen gejagt werden. Und man merkt, es steckt mehr dahinter. Sie müssen zum Magischen Berg in Nevada. Und wie gesagt, typischer Disney-Familienfilm. Special Effekte, naja, sind okay, sagen wir mal, sind okay. Da komme ich immer durcheinander. Die Reise zur geheimnisvollen Insel haben wir dann hier in so einem 3D-Schuber. Jetzt ist auch nicht der allerbeste 3D-Effekt. Ich kenne die 3D-Version leider nicht, habe ja keinen 3D-Fernseher. Das ist der Nachfolgefilm von Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Der erste Teil war noch mit, wie hieß er, Brandon Fraser aus Die Mumie. Der zweite Teil hier eben mit The Rock. Wir haben außerdem auch noch Louis Guzman mit am Start. Josh Hutchinson, so ein schwieriger Name ist das. Das ist ja Wahnsinn. Und auch noch weitere bekannte Schauspieler. Wie hieß sie denn? Vanessa Hutchins, genau. Und Michael Caine haben wir hier noch mit am Start. Und ist von den Effekten her gar nicht so schlecht. Und hat einen tollen Unterhaltungswert. Also ist ein echt sehr unterhaltsamer Familienfilm. Mir hat der sehr gut gefallen und kann man sich deswegen auch ruhig öfter mal anschauen. Genauso wie den nächsten Film. Welcome to the Jungle. Für mich einer der unterhaltsamsten Filme mit Dwayne Johnson. Liegt aber natürlich auch an Sean William Scott hier. Absolut lustige Rolle. Er erinnert so ein bisschen auch an den Stifler aus American Pie. Hat hier ein paar echt witzige Szenen und Sprüche auf Lager. Dwayne The Rock Johnson dagegen. Eher so diese harte Kompromisslose, der ihn da zurückbringen soll aus dem Dschungel. Und an ein paar Leute ausliefern soll. Toller Streifen und macht echt jedes Mal aufs Neue Spaß. Vor allem mit diesen Uah und diesen Szenen. Wer den Film gesehen hat, der weiß was ich meine. Und es ist echt klasse unterhaltsam. Gefällt mir wahnsinnig gut. Genauso verhält es sich mit Baywatch. Da waren einige enttäuscht, dass das zu drüber ist. Ich fand es cool, dass man es so lustig gemacht hat. Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra D'Addario. Ach, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu lange drauf gucke. Geile Streifen, geile Mucke drüber. Ein paar Szenen mit dem Fäkalhumor und so weiter, Genitalien und so weiter. Aber ich finde ihn klasse und würde mir wünschen, dass es davon noch einen zweiten Teil gibt. Oh Mann. Und das ist ja definitiv ein cooler Streifen. Fighting with my Family haben wir dann hier als nächstes. Es ist eher so ein Wrestler-Familien-Drama. Da spielt er eine Nebenrolle und Mentor. Wir haben hier Vince Vaughn auch noch mit am Start. Und ist ja die Geschichte einer bekannten Wrestlerin. War mir jetzt persönlich nicht bekannt. Ist aber ein tolles Drama. Immer toll gespielt und auch mit einer geilen Message. Und wie gesagt, Dwayne Johnson spielt hier nur eine kleine Nebenrolle. Hat den Film aber mitproduziert. Dann kommen wir wieder zu einem lustigen Film. Und zwar Central Intelligence. Und hier haben wir das Dream Team der letzten Jahre. Meiner Meinung nach. Nämlich Dwayne Johnson und Kevin Hart. Leider muss ich sagen, hätte ich mir von dem Film, vor allem mit den beiden hier, mit der Besetzung, ein bisschen mehr erwartet. Vor allem was den Humor angeht. Da waren doch ein paar Rohrkrepierer dabei. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr unterhaltsamer Film. Aber für die beiden hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Vor allem weil die Chemie auch so stimmt. Und das ist ein bisschen so wie Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger in Twins. Erinnert einen das immer speziell. Dann spielt er in Jumanji. Da gefiel mir das sehr gut. Aber hier fehlt mir so das kleine bisschen. Aber nichtsdestotrotz sehr unterhaltsame Komödie. Dann kommen wir zu Fast and Furious. Da muss ich sagen, habe ich aber nur einen einzigen Film in der Sammlung. Nämlich Teil Nummer 8. Ich habe da eigentlich immer drauf gewartet, dass das Ganze mal komplett ist. Den habe ich dann mal im Rewe oder so günstig mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Da war das aber mit diesem Extended Cut. Den gibt es dann wieder nur digital. Gerotze. Aber hier auch mit Jason Statham, Vin Diesel und Dwayne Johnson. Geballte Glatzen. Power kann man da scherzhaft sagen. Aber toller Schreifen. Charlize Ferron auch mit am Start. Natürlich total drüber. Taugt mir sehr. Davon habe ich auch so eine Figur vom Officer Hobbs. Das ist auch so die einzige Figur, die ich habe. Es gibt auch so ein Sixthel Scale Köpfe, die man sich kaufen kann. Aber das war es mir bis jetzt doch noch nicht so wert, weil es da keine ganze Figur gab, die so richtig toll aussah. Die musste man sich wieder zusammensetzen. Teuer hat mir nicht getaugt. Die hat mir hier getaugt. Macht auch Spaß. Die Ähnlichkeit ist unverkennbar hier, oder? Und ja, verschönet so ein bisschen dann die Sammlung. Macht dann auch ein bisschen was her. Wenn wir bei den MRAs bleiben, dann machen wir hier noch schnell die Serie Ballers fertig. Ich habe hier die Staffeln 1 bis 3 auf Blu-ray. Weiter habe ich da nicht mehr groß gesammelt, weil dann ging es auch nur noch auf DVD weiter. Das fand ich ja auch so eine absolute Frechheit und hat mir mal wieder gezeigt, wenn man sich überhaupt mal eine Serie noch zulegen möchte. Ich meine, die müssen ja froh sein, dass man sich überhaupt sowas noch kauft und nicht nur streamen tut auf Netflix und Co. Aber dann werde ich definitiv warten, auch wenn alle Welt drüber spricht, bis eine Gesamtedition fertig ist und wir die dann holen auf Blu-ray. Weil was soll der Schmarrn? Wer fängt an auf Blu-ray und dann geht es nur auf DVD weiter? Finde ich echt eine große Riesenfrechheit. Hätte man das gewusst, hätte man es sich gar nicht gekauft. Gut, soviel einmal zu den M-Arrays. Jetzt machen wir weiter mit den Steelbooks und hier beginnen wir mit dem ersten Film. Ich werde die jetzt drin lassen in den Schutzfolien. Ihr habt ja die Unboxing schon auf meinem Kanal gesehen. Das eine oder andere werde ich nochmal verlinken und ansonsten einfach auf Cinemanuel gucken. Bei Mami haben wir hier die Mumie in den geprägten Steelbooks und mit deutschem Ton. Toller Film, auch wenn Dwayne Johnson hier natürlich nur ganz kurz auftritt als der absolut schlechteste CGI-Effekt-Skorpion-König. Ich habe noch nie was Schlechteres gesehen in einem Film. Aber der Film an sich ist richtig geil und deswegen auch in der Sammlung selbstverständlich. Waianer, hier spricht er eigentlich nur diesen großen Waianer, Hawaiianer. Aber man sieht es, dass der komplett nach ihm gemacht wurde. Und wenn man den Film auch gesehen hat, dann weiß man, an wen sie sich orientiert haben. Finde ich einen echt super witzigen Film und macht Spaß. Vor allem dieser komische Gockelvogel oder was weiß ich was, was das ist. Dann haben wir Hobbs & Shaw, natürlich der Ableger von Fast & Furious, Dwayne Johnson und Jason Statham. Fand ich das geil, dass die einen eigenen Film noch gemacht haben. Und der Film ist absolute erste Klasse, was den Unterhaltungswert angeht. Es ist kein guter Film, nicht immer falsch verstehen, aber vom Unterhaltungswert. Spaßgrad, super geil, die ersten 90 Minuten, das Beste, was in den letzten Jahren actionmäßig rausgekommen ist an Sprüchen und so weiter und so fort. Leider verliert es sich dann zu sehr am Schluss mit dem ganzen Familienquatsch, was dann wieder typisch Fast & Furious ist. Aber als sie da dann auf dieser hawaiianischen Insel sind, da geht es mir dann ein bisschen zu bunt her. Ja, jo, machen wir weiter mit faster, tierisch geiler Film. Auch mit einer der besten, meiner Meinung nach, mit Dwayne Johnson, freigegeben ab 18 Jahren. Knallharter, Rache-Thriller, kompromisslos, schonungslos, gewalttätig. So muss das sein, so wollen wir ihn sehen. G.I. Joe haben wir dann hier als nächstes und zwar den zweiten Teil. Da spielt ja auch Bruce Willis noch mit. Ich fand den ersten nicht schlecht, der zweite war auch ganz okay, hätte mir aber anhand der Schauspieler schon ein bisschen mehr erwartet. Vor allem Channing Tatum, ich will nicht spoilern, aber das fand ich dann doch schade. Hat ein paar tolle Effekte, ein paar nice Sprüche, coole Action, aber da wäre auch definitiv mehr drin gewesen. Genauso muss man leider auch sagen bei Hercules. Hercules, ja, hier das Dealbook mit dem, ähm, wo ist denn das, mit der geilen Prägung hier noch vom Titel. Ist ein, schon ein guter Film, aber auch da hätte ich mir vor allem in dieser Rolle, er passt doch super als Hercules, hat toll trainiert. Die Setfotos haben mir immer gefallen. Ich habe das immer verfolgt, auch auf Instagram und alles. Ähm, macht ja immer Spaß, wenn Dwayne Johnson einen Film dreht, der teilt sich da ja immer mit. Macht komplett, äh, Making of auf, äh, Instagram. Und auch seine Diät ist ja legendär für den Film und alles. Aber der Film an sich selber, ja, mit diesen Fabelwesen und Ding, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, hat dann doch ein paar Stellen gehabt, wo er sich ein bisschen gezogen hat und fand ich ein bisschen schade. Also da hätte, äh, durchaus noch mehr drin sein können. Gut, fand ich dagegen, wie gesagt, eben Baywatch, taugt mir, geile Komödie. Hier das Ding mit der Boilandpest, falls ihr das Unboxing noch nicht gesehen habt. Das findet ihr definitiv in der eigenen Baywatch-Playlist. Habe ich mir damals auch importiert, aber Best Buy, aber Best Buy at his best. So viele Bollen hatte noch kein einziges Stierburg. Dann machen wir weiter mit San Andreas. Haben wir hier sehr cooler Katastrophenfilm mit ihm. Ja, und auch hier spielt Alexandra D'Addario mit. Also, absoluter Hingucker. Schon mal zwei Argumente. Aber toller Film, tolle Effekte, spannend inszeniert. Hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich sogar zwei Steelbooks davon. Hier eben noch die 3D-Fassung vom Steelbook. Die haben halt zwei verschiedene Cover-Motive auch. Und deswegen fand ich das richtig nice. Habe den Film dann doppelt in der Sammlung. Das passt. Genauso verhält es sich hier mit Skyscraper. Hier habe ich auch beide Versionen. Einmal 4K, einmal Standard. Blu-ray finde ich auch. Einen geilen Action-Film. Absoluter No-Brainer. Typisch auch nach den 80er Jahren, 90er Jahren. Wie eben stirbt langsam. Und so Logik darfst du da absolut nicht suchen. Aber allein die Szene, wo er losrennt und da rüberjumpt und alles. Das will man noch sehen. Wenn ich einen Dwayne-Johnson-Film sehen will, dann verlange ich hier keinen Film, der sich irgendwie komplett an die physikalischen Gesetze hält. Wie bei Hobbs & Shaw und so. Ich will geile Action. Ein bisschen drüber. Diesen gewissen Wow-Moment in diesem einen Film. Den will ich sehen. Ein paar Sprüche, geile Klopperei, gute Effekte, bisschen Spannung und dann passt es. Und wenn man so Augenzwinkert sich auch selbst, die nicht zu ernst nimmt und auch auf die Schippe nimmt. Man weiß, dass es ein Quatsch ist, was man hier fabriziert. Dann ist es doch eine coole Sache. Alles okay. Dann geht es weiter mit Rampage. Big meets Bigger. Richtig cooler Streifen. Also ich kenne diese Computerspiele nicht. Aber den Film kenne ich. Den habe ich schon, glaube ich, sechs, sieben Mal gesehen. Der taugt mir wahnsinnig gut. Geiler Actionstreifen. Geile Effekte. Und hier zwei Steelbooks vorne. Ein bisschen ähnlich. Aber die Rückseiten sind dann wieder komplett anders. Richtig nice. 2D-Version. 4K-Version. Und davon habe ich sogar noch eine ausländische 4K-Version. Absolutes Hingucker Steelbook hier. Die Rückseite importiert. Ich weiß jetzt echt nicht, woher, wenn ihr die Schriftzeichen entziffern könnt. Ja, hier auch mit diesem Deckblatt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. So, dann machen wir weiter mit Jumanji. Da haben wir einiges am Start. Aber nicht alle irgendwie. Da fehlt mir noch das ein oder andere Steelbook. Möchte ich definitiv noch updaten. Aber da gucke ich mal, wie sich das Ganze noch preislich entwickelt. Und werde dann zuschlagen. Wie gesagt, als Sammler. Und vor allem solche Spezialeditionen. Da muss man mal auch ein bisschen pokern. Ja, für den Nervenkitzel. Und nicht alles immer gleich zum Start kaufen. Ja, sonst wird es ja langweilig. Hier haben wir aber ein ausländisches Steelbook mit einer tollen Prägung. Ihr findet einzelne Unboxings dazu auf meinem Kanal. Hinten ist es auch nochmal geprägt. Ein richtig schickes Teil. Da ist das Original mit Robin Williams dabei. Und eben die Fortsetzung mit Dwayne Johnson und Kevin Hart. Hier haben wir dann eben das deutsche Steelbook noch dazu. Und dann haben wir noch ein ausländisches. Ich meine italienisches oder so. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Hat aber einen Schriftzug drauf und ein anderes Coverdesign. Vorne, hinten ist es gleich. Und dann haben wir noch hier Jumanji im Doppelpack. Mit Dwayne Johnson und Kevin Hart. Die beiden Fortsetzungen sozusagen. Zwei und drei. Hier in einem tollen Steelbook. Ist so ein bisschen wie Star Wars angehaucht. Vom Design her. Gefällt mir wahnsinnig gut. Beide Filme mit großem Unterhaltungswert. Wobei der erste mir einen Tick zu kindisch ist. Aber der zweite hat mir dann mega gut gefallen. Richtig nice. Auch Jack Black hier cool in der Rolle. Und die rothaarige Dame. Auch ein kleiner Hingucker. Und dann kommen wir schon zum letzten Film. Den es doch jetzt mittlerweile schon in einigen Editionen bei mir zu Hause gibt. Viele mögen den Film nicht. Habe ich zuletzt auch schon bei einem Unboxing mitbekommen. Ich mag den Streifen. Weil der Streifen drüber ist. Weil der Streifen nicht zu ernst ist. Und Mark Wahlberg. Und was muss ich machen? Ich muss überlegen. Ich muss pumpen. Und Dwayne Johnson auch. Und alles. Man hätte ihn natürlich ernster machen können. Und vielleicht wäre da ein besserer Film rausgekommen. Weiß ich nicht. Aber vom Unterhaltungswert finde ich ihn richtig nice. Und ich mag eben Pain and Gain. Hier auch wieder in einem ausländischen Stilburg. Rückseite ist jetzt nicht so toll. Dann hier das deutsche Stilburg von damals. Und mittlerweile sehr gefragt. Habe ich mitbekommen. Okay. Und hier kann sich die Rückseite definitiv sehen lassen. Und da habe ich dann ja zuletzt noch zwei Mediabooks abgedatet. Ich wollte unbedingt die beiden Cover haben. Das gibt nämlich nachher ein richtig tolles Bild in meiner Dwayne Johnson Ecke. Und so macht das Sammeln ja natürlich auch Spaß. Finde ich richtig nice. Unboxings dazu findet ihr ebenfalls auf meinem Kanal. Und damit soll es das auch gewesen sein mit meiner Dwayne The Rock Johnson. Sammlung. Also ist doch einiges zusammengekommen. Und das ganz ohne Fast and the Furious. Da warte ich mal bis die Reihe fertig ist. Und dann so eine Komplettbox erscheint. Oder keine Ahnung. Film Arena hat ja die einzelnen Stilbox mal rausgehauen. Aber die werden jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr in dem Stil weitergeführt. Ich warte es einfach ab. Ich konnte damals mit dem achten Teil irgendwie nicht warten. Frag mich nicht warum das so ist. Aber gut. So ist es nun mal. Und wenn es da was Neues gibt. Werde ich definitiv dann irgendwann mal zuschlagen und upgraden. Den einen oder anderen Film habe ich auch verkauft gehabt. Muss ich sagen. Southland Tales fehlt mir da ein. Den fand ich echt schrecklich. Weiß nicht ob ich dem Film nochmal eine Chance geben soll. Ich habe wirklich wenige Blu-rays verkauft. Aber das war einer davon. Und dann auch noch mit Dwayne Johnson. Also da müsst ihr euch schon mal vorstellen können. Wie gut mir der Film gefallen hat. Ansonsten gibt es noch die ein oder andere Lücke. Möchte ich gerne schließen. Man braucht ja noch ein paar Ziele. Falls ihr ein paar Empfehlungen habt. Oder sagt Mensch Manuel. Das oder das gibt es noch gerne unten in die Kommentare rein. Verlinkt es ruhig. Aber da müsst ihr dann immer ein bisschen abwarten. Weil die landen dann alle in diesen zum freigebenden Ordner auf YouTube. Und da muss ich dann reingucken. Schaut aber nicht jeden Tag rein. Aber wird auf jeden Fall freigeschaltet. In diesem Sinne hoffe ich euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Dann sehen wir uns hoffentlich recht bald gesund und zeitnah wieder. Und in diesem Sinne sage ich und Dwayne Well hier. Sagen wir Danke fürs Zugucken. Auf bald. Bleibt gesund. Und Servus. Und Servus.